Hallo hier ist Frank der Auspacker, ich wollte heute mal schnell was mit euch auspacken. Ich habe jetzt schon einen Umkarton abgemacht, weil es war riesengroß und ein bisschen umständlich. Ich habe hier so eine schicke Vintage-Kimpang-Klampe gekriegt. Hier sind die Brausermalker noch mit drin, welche Bohren. So schicke Handschuhe, die gleich möchte ich nochmal anziehen. Ja, ich hoffe man hört jetzt nicht so viele Nebengeräusche. Da ist jetzt los, Moment. Ist auch schön sicher verpackt. Hier ist das Jute-Teil wenn man das sieht. Da ist unten so eine kleine Kugel dran. Da sieht man das Jute-Stück. Das ist ein sehr kleines Teil. Hier sieht man das. Hier ist eine Glaskugel und deswegen sind auch die Handschuhe mit dabei. Da haben wir die beim Auspacken nicht gleich so getatscht. Ja und hier auf der Seite sind nur kleine Drähtchen dran. Ja, ich habe das Jute hier rein. Ich werde die auch hier gleich anlockieren. Da tut er ein bisschen lauter. Ja und hier auf der anderen Seite ist dann halt so die Decke. Dann haben wir einen Kugeln. Ja, das knistert wieder. Ich mache mal kurz Pause. So, ich habe das auch angemacht. Da sieht man dann halt wieder. Da sind auch wieder Dübels mit dabei. Das ist das Schöne. Dass man da jetzt nicht einfach noch einmal rumgarten muss. Oder was weiß ich. Ja. Und dann kann man das extra auch nochmal ein bisschen einstellen von der Höhe her. Ja. Ich bin gespannt wie ihr das macht bei mir. Also ich finde es richtig klasse. Den Grund habe ich sie jetzt auch geholt. Ja, hier kann man dann auch mal alles wie gesagt schon einstellen von der Länge her. Ja. Ich mache dann später noch ein paar Fotos oder Videos noch extra. Ja, das war es heute für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, wie sagt der Frank.